Die Preußen-Highlights werden präsentiert vom Gutenbäcker Krimphove. Ein guter Tag beginnt mit K. Ich trage den Adler im Herzen. Du auch? Dann schnapp dir deine Mitgliedschaft. Jetzt aber, Dieter, es geht euch! Auf dem Weg zum Tor, der Wami! 1-0 Preußen-Münster! Neunzehnte Spielminute, die Nummer 11! 1-0 Preußen-Münster! Jetzt aber mal schnell, durchgestellt auf Dieters Winkamp! Nachschuss, 2-0! Die Hüte brennt hier in Münster. 2-0 Preußen-Münster! 2-0 Preußen-Münster! 2-0 Preußen-Münster! 28. Spielminute! 2-0 Preußen-Münster! Und aus Münsteraner Sicht natürlich ärgerlich, wenn man 2 zu 0 zu Hause führt, dann zwei Gegentore sich zu fangen gegen RWE sehr schnell und jetzt durchaus noch die Möglichkeit zu haben, das Spiel auch noch zu verlieren. Und krass, Niki wird da rüde von den Beinen geholt. Gelbe Karte für Preußen Münster. Können wir vorstellen, dass er es auch mal probiert. Aber er schaut schon, was in der Mitte passiert. Ich denke, er wird flanken. Richtig. Auf Heber, aber jetzt Young aus dem Rückraum. Tor! Da ist die Bude! Da ist das Tor! 3 zu 2! Ich glaube, Simon Engelmann hält noch den Schlappen hin. Und ausgerechnet! Alle rennen zu Simon Engelmann. Ausgerechnet Simon Engelmann, Stefan, der jetzt mehrere Wochen nicht getroffen hat. Er zielt hier die Führung für RWE und der Auswärtsblock zu unserer Rechten. Flippt aus. Jetzt Münster auf der anderen Seite mit der Möglichkeit zum Abschluss. Tekla, wir machen es eins gegen Vlechati. Aber da kommt er nochmal nach. Jetzt Thiel. Und wir haben vor allem Bein holen. Bescheid es zumindest. Wahnsinn. Wahnsinn. Jetzt die Umschaltssituation. Jetzt muss es schnell gehen. Seidenwechsel. Das wäre jetzt das Rezept auf Harenburg. Man muss ganz klar sagen, auch auf der Seite Stefan, ich weiß nicht, ob der Schiedsrichter, das pfeift er jetzt, da alles richtig gemacht hat. Sascha Hildmann auch völlig außer sich auf Seiten von Preußen Münster. Da darf man sich aus meiner Sicht, aus Essener Sicht nicht beschweren, wenn man da auf 11 Meter entscheidet. Schwierig gerade zu sehen. Aber da waren natürlich jetzt einige strittige Situationen. Absolut. Nochmal, aber wir haben es ja angekündigt. Jetzt gibt es übrigens Rot für Sascha Hildmann. Für den Trainer von Preußen Münster. Timo Gansloweit. Ich habe ihn angesprochen. Den werden wir mit Sicherheit nochmal irgendwann sehen und hören. Hier ist alles drin, Stefan. Hier ist alles drin heute. Alle Zuschauer stehen hier, alle. Und der Essener Block tanzt natürlich, feiert. Die T-Shirts wurden ausgezogen, hier wird gesungen. Freunde, das ist Fußball. Das ist die Regionalliga West. Leidenschaft pur. Die Preußen Highlights werden präsentiert vom Gutenbecker Krimphove. Ein guter Tag beginnt mit K.